so ja ich muss jetzt noch mal kurz was aus dem off erklären und zwar war das mein zweiter versuch ein bisschen was zu erzählen also mit dem mikro im helm unterwegs ein bisschen mit euch zu reden leider ist das auch nicht geglückt ich habe auch in dem video ausführlich erklärt warum es schon der zweite versuch ist warum das erste mal nicht geklappt hat das zweite mal hat jetzt leider auch nicht geklappt weil ich die aufnahme über mein handy gelaufen hatte und mein handy nach fünf bis sechs minuten nach jedem aufnahmestart mein angeschlossenes mikrofon disconnected hat heißt also dass ich jedes mal wenn ich eine aufnahme starte fünf bis sechs minuten richtig guten ton habe wo ich mich mit euch unterhalten konnte was sie dann auch zusammengeschnitten habe und dann ist vorbei dann habe ich nur noch fahrtwindgeräusche weil das handy weiter die tonaufnahme nur über das handy mikrofon macht und das vorne schön im wind hängt meine gopro hatte ich natürlich auch ohne windschutz mit weil ich dachte den ton nämlich jetzt von dem extra aufgenommenen heißt also ich habe wieder viel was ich euch zeigen kann von dem was ich jetzt hätte ich habe bestimmt zwei stunden geredet mit euch während der vier stunden ausfahrt die wir gemacht haben es ist alles weg zum größten und ja gopro material ist jetzt auch nicht die beste soundqualität weil auch sehr viele windgeräusche sind aber ich werde euch jetzt ein bisschen was zusammenschnippeln und dann werdet ihr sehen was übrig bleibt vielleicht starte ich irgendwann nochmal dritten versuch irgendwie eine tonaufnahme zu machen aber eigentlich habe ich da langsam keinen bock mehr drauf das ist mir einfach zu blöd da stundenlang mit irgendwas zu erzählen und erklären und dann ist das alles für den arsch so da sind wir wieder das ist jetzt versuch 2 mit angeschlossenen mikrofonen was aufzunehmen beim letzten mal als ich zum flughafen schwarze heide gefahren bin hat das leider nicht geklappt ich denke weil das kabel sich losgerappelt habt ich habe es jetzt noch mal alles fixiert mit gummibändern und isolierband aneinander und da war dann zwischendurch einfach mal der ton von dem mikro weg und ich hatte nur noch den kameraton beziehungsweise ich nehme einen ton über das handy auf und als das mikro sich losgerappelt hat hat das aufnahmegeld vom handy da mit dem handy mikrofon weiter aufgenommen ja war natürlich nicht so hochwertig und von mir hat man natürlich gar nichts gehört weil eigentlich war es so fahrtwindgeräusche deswegen probieren wir es jetzt nochmal ich bin jetzt auf dem weg treffe ich mich mit ein paar kollegen könntet ihr auch von instagram kennen unter anderem holger und nancy von hex und spikes boxengasse und ja schauen wir mal wie heute kommen und ob wir heute den arsch nass kriegen ihr seht das wetter ist natürlich auch nicht so das beste jetzt haben wir erstmal eine stunde zum treffpunkt und dann fahren wir noch weiter nach ruhrgebiet ich weiß jetzt gerade nicht genauer adresse auswendig ich habe die route nicht geplant ich weiß sowohl wo ich mich mit dem rest der truppe treffe und ja genau schauen wir mal jetzt gehts los endlich inzwischen ist auch die sonne da und man schwitzt sich zu tode ach ja 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 ich bin jetzt auch wieder hinten ich hab also kein navi ich hab keine navi wie lange es jetzt dauert ich kann mir jetzt einfach nur hinterher juckeln aber wir sind jetzt auch nicht mehr so schnell unterwegs weil die beiden vorderen holger und nancy haben ihre beiden hier ist dabei als sozius das heißt sie haben schon gesagt maximal 80 schwer da fahren die mit den kindern nicht ist ja auch vernünftig dann ist noch wie heißt er bei instagram wazer ich verlinke sowieso alle instagram accounts von den dreien oder vier von den anderen instagram account werde ich alle oben verlinken und ja dann gehts jetzt los zum rodo auf was quietscht da so was quietscht da so ist das nancy's reifen deine alte ich denke ich die ganze zeit was ist hier kaputt so ne scheiße warst ich voll nervös warum quietschen die so aber im kreisverkehr quietschen deine reifen what the fuck alter und ich werd grad voll bekloppt weil ich voll nervös bin alter was ist hier kaputt oh man oh 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 Das ist eine große Herausforderung. Meine Fresse, was geht mit den Reifen ab? Die 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 Fresse, was geht mit den Reifen ab?